ja liebe freunde herzlich willkommen auf meinem kleinen kanal hier und ich wollte nur mal ein kleines video machen und erzählen dass ich jetzt wieder mehr mache es wird wieder mehr kommen definitiv ich habe richtig lust darauf einfach und es ist einfach wieder so viel scheiße passiert und da kriegst du halt einfach nichts auf die reihe und dann war ich auch beruflich aktiv und so weiter und will mich jetzt aber halt auf die musik den youtube kanal fokussieren genau und ja und auch diese diese ganze geschichte mit dem problem das ist wie wieso als wäre mein ganzes leben ein problem also ich bin es halt gewohnt einfach und irgendwie härtet man dann auch ab man härtet ab mit der zeit auf jeden fall man wird vielleicht auch so ein bisschen kühler irgendwie weil man auch realisiert wie abgefuckt diese welt ist wie abgefuckt sie wirklich ist das merkt man immer mehr im steigenden alter auf jeden fall ja und auch mehr von diesen aber videos kommen mehr musik und so weiter hier geht jetzt richtig der punk ab ja und ich will euch einfach mit auf diese reise nehmen durch diese verrückte welt wie so eine kleine familie werden irgendwie genau das video jetzt auch gar nicht mehr so lang machen in dem sinne leute bis bald und peace